Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Marketing das dominiert und in der heutigen Folge reden wir über den heiligen Kral, also genau das, was alle Immobilienmakler gerne haben wollen. Neue Off-Market-Objekte, also schon mal Off-Market-Objekte und die, die sich jetzt nicht irgendwie Jahre brauchen, bis man die drehen lassen kann, sondern die sich in unter 30 Tagen verkaufen. Das ist super spannend und das ist vorweg gesagt nicht ganz so einfach, aber es ist auf jeden Fall möglich und wie das funktioniert, darüber reden wir in der heutigen Folge. Genau, vielleicht erstmal so ein bisschen vertrieblich gesehen, du redest ja mit relativ vielen Kunden, Leads, Personen, die wir uns anfragen und so weiter. Was ist denn so der Haupttenor? Ist das so, wie lange brauchen die Leute so normalerweise, wenn ein Objekt im Bestand ist, um das zu verkaufen? Es geht ja nicht nur um an sich die Vermarktung, sondern vielleicht auch um den Entscheidungsprozess, wann eben der Mandat sagt, hey, wir möchten jetzt gerne in den Verkauf starten. Das ist so ein Thema, es kommt immer auf die Relevanz des eigentlichen Objekts an, was gerade akquiriert wird. Also ist es jetzt ein Off-Market-Objekt? Hier kann ich schon mal sagen, sehr, sehr schnell. Das ist eine Entscheidung, okay, wir machen das und den Verkauf, solange den Verkauf dauert, ist in der Regel teilweise, haben wir schon gehört, zur aktuellen Zeit zwei Wochen, teilweise, wenn es lange dauert, drei Monate. Das ist aber völlig okay. Das sind aber nur die Off-Market-Objekte. Wenn ich die klassischen Objekte nehme, die vermutlich schon, keine Ahnung, seit sechs Wochen auf Immo-Scout inseriert sind und überall, bis ich da mal eine Zusage bekomme, dauert es gerne mal bis zum halben Jahr. Bis dann der Kunde sagt, okay, Herr Müller, ich möchte jetzt Ihnen den Auftrag geben, gehen Sie in die Vermarktung, fangen Sie an. Weil das einfach Personen sind, die nicht stark genug geframed sind zum Verkaufen. Das ist so das Hauptproblem oder Hauptthema in den Gesprächen. Die Menschen sagen einmal, das größte Thema ist die Relevanz, sind die Leads wirklich so weit, dass sie sagen, ich möchte jetzt den Verkauf starten und bin ich auch bereit, das jetzt wirklich auch emotional durchzuführen. Und das sind so diese klassischen Kunden. Die haben die meisten Makler und die Off-Market-Markler sind diejenigen, die sagen, ich möchte verkaufen, wir machen das jetzt, Deal, Geschäft, Thema erledigt. Und an diese Personen kommt man nicht ran, da komme ich über kein Portal ran, weil im Portal habe ich Standardobjekte. Mit der Kalterquise komme ich meistens nicht ran, also zumindest nicht in den Immo-Scout, weil sobald jemand das schon inseriert hat, ist das eigentlich nicht der Kunde, den wir haben möchten. Wir müssen es schaffen, an Off-Market-Objekte ranzukommen und wie schaffe ich das? Durch Emotionen, dass ich die Leute genau in diesem Entscheidungsprozess bekomme. Einfaches Beispiel, es ist ein Geschäftsmann, der hat hier sein Mehrfamilienhaus, mehrere Mehrfamilienhäuser und hat ein Investment getätigt. Hat aber die Schnauze einfach voll, sich darum zu kümmern, ihn nervt es, wenn die Mieter anrufen, ich möchte hier die Lampe gewechselt haben, das Wasser funktioniert nicht, Heizung ist kaputt und so weiter. Und an diese Person möchte ich ran, weil der hat emotional so einen Pain, der hat die Schnauze voll, der möchte das Ding verkauft haben, aber möchte das nicht selber machen und ist ein heiß begehrtes Investmentobjekt. Und diesen Entscheider, diesen Geschäftsführer möchten wir haben. Und jetzt ist natürlich die goldene Frage, wie kommen wir da ran? Wie kommen wir da ran? Richtig, das ist der erste große Schlüssel eben auch in dieses genau Off-Market-Objekt. Und im Grunde genommen muss man sich hier einfach mal ein bisschen überlegen, welchen Prozess durchlaufen die Leute. Du hast gerade schon richtig gesagt, Portale, wenn die inseriert sind, schon viel zu spät. Ist so, genau. Kalter Quise ist noch viel zu kalt, also du wirst nie eine Person bekommen, die kalt sagt, ja mach das mal. Also das ist... Das ist ein Streuverlust. Streuverlust, das bringt auch nichts. Aber wie genau schaffen wir das? Und wenn wir uns mal die Psychologie anschauen, dann ist es so, dass bevor ein Makler einen Auftrag bekommt, es immer so ist, dass die Person gern ihre Immobilie versucht, selbst zu verkaufen. Das ist immer der Fall. Also bevor ich sage, hey, ich gebe das dem Makler in die Hand und ich verkaufe zum ersten Mal mein Haus zum Beispiel, ich versuche es irgendwie selber zu machen. Ich inseriere das mal auf Ebay-Kleinanzeigen. Ich mache das mal irgendwie, ich schaffe das schon. Ich muss da nichts abgeben. Das ist ein bisschen dieses Mindset. So, und das, was dann passiert ist und das kennen alle Markte, die zuhören, dass es die Person dann versuchen, dann scheitern und merken, hey, das ist so viel Aufwand, das klappt ja gar nicht, ich lasse es dann doch lieber machen. So, was ist passiert? Super viel Zeit verloren, vielleicht schon relevante Leute irgendwie verloren, ist einfach nicht gut. Diese Probleme entstehen natürlich dann, wenn man sagt, ja, man hat jetzt so 10, 20 Besichtigungen am Tag, man plant sich das und dann kommen vielleicht nur vier. Völlige Scheiße so, aber das ist natürlich die Realität. Oder man einen Preis festsetzt und dann merkt, hey, das ist viel zu hoch oder es ist viel zu günstig, da wäre eigentlich mehr gegangen. Also, es fehlt einfach diese Kompetenz. So, jetzt natürlich die richtige Frage, wie schafft man es, dann genau, wenn die Person realisiert hat, alleine schaffe ich das nicht, jetzt will ich mein Objekt auf Market einem Makler geben. Wie komme ich genau da rein? Und der erste Gedanke wäre ja zu sagen, gut, ich hefte mich irgendwie mehr der Werbung dahinter. Also, ich mache jetzt zum Beispiel Werbung, hey, du hast versucht, es selber zu verkaufen, hast es nicht geschafft, komm zu mir. Aber das ist ein extremer, extremer Denkfehler. Weil wenn die Person emotional schon so weit ist, dass sie realisiert hat, sie schafft es alleine nicht, dann ist sie in einer Stunde schon auf einem Portal unterwegs. Und deswegen voll lieber Quatsch, deswegen viel cleverer und das ist wirklich ein Golden Nugget für alle, die zuhören, dass man das davor macht. Also, bevor die Person überhaupt versucht, selbst zu verkaufen, heftet man sich mit Werbung schon davor. Zum Beispiel, da ist das Thema angesprochen, die Person verkauft vielleicht, weil sie keine Lust mehr darauf hat, mit diesen Mietern sich rumzuärgern zum Beispiel. Dann kann man das machen, hey, pass auf, fünf Tipps, wie du es schaffst, als Eigentümer entspannt mit deinen Mietern umzugehen. Oder fünf Tipps, wie du es schaffst, dich aus dem operativen Geschäft deiner Immobilienverwaltung rauszunehmen. Oder fünf Tipps, auch das, wie du es schaffst, dein Haus zu verkaufen, weil du keine Lust mehr hast, dich mit den Sachen, mit den Quengeleien von den Mietern rumzuärgern. Also, erstmal Content liefern, irgendwie so ein bisschen Interesse, Bewusstsein aufbauen. Und dann dauerhaft präsent sein. Wir hatten das Thema Retargeting, super wichtig. Also, jeden Tag immer wieder auf Google, Facebook, Instagram auftauchen. Wenn die Person ein Handyspiel öffnet, dann muss deine Werbung da kommen. Wenn die Person, keine Ahnung, frühs Nachrichten liest auf Spiegel Online, dann muss deine Werbung da kommen. Wenn die Person, weiß ich nicht, irgendwas googelt, kein Lieferando sich die nächste Pizza bestellt, muss deine Werbung da kommen. Also, überall muss deine Werbung da kommen. Und genau dann funktioniert das so. Und dann bist du präsent, du bist im Unterbewusstsein und dann passiert das, Person versucht zu verkaufen, schafft es nicht, hat negativ, will jetzt einen Makler beauftragen. Und dann kommt nochmal deine Werbung und dann sagt sie, hey, ich habe den Typ schon so oft gesehen, der nervt mich hier schon fast. 15, 20 Mal Werbung gesehen, jetzt gebe ich dem das, weil ich bin überzeugt von dem, der ist mir irgendwie sympathisch. Und dann passiert das und dann hast du es auf Markt. Jetzt ist das Thema, jetzt werden viele sagen, ach, das kann ich ja selber machen, ich klone das, ich mache ein bisschen Content, ich sorge dafür, dass die Leute draufkommen. Und sobald sie das gesehen haben, kommt das Retargeting. Wir sind ja mit dem Podcast, mit dem Marketing, das du minierst dafür da, um klare Worte zum Thema Marketing zu haben. Dass wir auch mal Dinge leaken und so weiter. Jetzt kommt der eigentliche Clou, wie schaffe ich es, diese Menschen zu bewerben, über Facebook beispielsweise. Durch die Standard-Facebook-Einstellung wird das nicht funktionieren. Und wenn du ein Makler bist und jetzt im Vorfeld mit irgendwelchen Agenturen gesprochen hast, die gesagt haben, naja, wir stellen dir alle über Facebook ein zum Thema Scheidung, Erbschaft, Geschäftsführer, der keine Lust hat, dann tut es mir jetzt leid für dich oder für euch besser gesagt, ihr wurdet angelogen. Wir hatten die Diskussion ja letztens erst gehabt, ich kann das Alter nicht mehr einstellen, ich kann Interessen im Bezug im Immobilienbereich nicht mehr einstellen, weil Facebook in Deutschland es nicht versteht, dass ich Eigentümer akquirieren möchte. Viele, die denken immer, ich bin ein Vermieter, ich möchte jemandem etwas vermieten und dann heißt es, ich möchte hier Nationalitäten ausschließen, irgendwelche Altersgruppen, Berufsgruppen und das möchte Facebook verhindern. Was ich menschlich auch verstehe, ist völlig in Ordnung. Diskriminierungsrichtlinie. Genau, aber marketingtechnisch geht es nicht und jetzt haben wir unsere Prestigestellung hier in Deutschland bekommen, weil wir schon vor einigen Jahren angefangen haben, in gewisse Tools und Softwarelösungen zu investieren, damit wir genau das hinbekommen, dass wir auch hier diese Metadaten haben, um diese Person schon mal kategorisieren zu können und zu sagen, okay, ich habe jetzt hier jemanden, der hat Bauchschmerzen mit Thema X, den schicke ich jetzt auf mein Content, den zeige ich mein Content, bevor er weiß, dass er überhaupt das Problem hat, weil sein Muster oder seine Verhaltensweise, die er digital hat, dafür sprechen, dass ich dieses Problem habe. Und das ist mir nochmal wichtig zu sagen, weil ich höre jeden Tag im Sprecher, die haben gesagt, ich kann Scheidung targetieren, ich kann das machen und was passiert am Ende des Tages, es wird mit einer kostenfreien Wertermittlung geworben auf eine breite Zielgruppe, was hat das mit zielgerichteter Targetierung zu tun? Gar nichts. Richtig, gar nichts, das ist das Problem. Genau, genau, richtig. Und genau, deswegen haben wir da natürlich eine Lösung gefunden. Die haben wir tatsächlich. Und die Lösung nennt sich eine spezielle Software, die wir da entwickelt haben in dem Bezug und durch die Software ist es für uns einfach möglich, jetzt genau die Person zu finden, die auch jetzt den Bedarf hat, die auch jetzt verkaufen möchte. Genau. Und damit schaffen wir das. Das ist so geheim, am Ende des Tages möchte ich da auch natürlich im Podcast gar nichts mehr verraten, weil es unfair unseren Kunden gegenüber wäre, wie das dann genau funktioniert, aber was man sagen kann, ist, dass das einfach dann so zielgerichtet ist, das schlägt jedes Targeting. Also es gibt keine bessere Möglichkeit, um die Person jetzt zu targetieren, die jetzt gerne verkaufen wollen. Es gibt keine bessere Möglichkeit. Und wenn du es versuchst, mit irgendwelchen Agenturen zu schaffen, wirst du scheitern oder vielleicht sogar ein paar Leads bekommen. Aber sobald wir mit unseren Kunden in der Nachricht unterwegs sind, werden wir dich vom Markt verdrängen. Das ist genau das, was passiert. Genau, aber deswegen wollen wir gerade auch nur anregen. Ich meine, klar, diese breite Wertermittlung funktioniert, aber wir möchten ja, ihr müsst einfach prüfen, wenn du als Makler ein Angebot hast, prüf einfach mal, es wird dir versprochen, es sind Scheidungsobjekte, wie will die Agentur das hinbekommen. Und wenn es das Thema über den Facebook-Business-Manager ist, wird das nicht funktionieren. So ist es. Und wenn Google vorgeschlagen wurde, glaubt die Geschichte, ruf mich mal gerne an. Ich sage dir auch, warum das nicht funktioniert, weil das sind auch Personen, die im Prozess viel zu weit hinten sind und eigentlich schon tendenziell fast verbrannt sind. Ganz genau. Richtig, richtig. Deswegen, sprich uns hier an, wenn dir dein Business lieb ist, kann man fast schon so sagen, und finde da eine gute Lösung, um einfach da voranzukommen. Und dann schaffst du es eben auch, an diese Off-Market-Objekte zu kommen, die sich innerhalb von 30 Tagen drehen lassen, wenn du die Tipps von vorhin beherzigst, in Kombination mit einer starken Software. Und die gibt es bei uns. Wenn du das möchtest, dann geh geh mal auf standard-marketing.com. Da sprechen wir darüber, da geben wir dir auch mal so ein paar Insights, wie dann das Targeting im Detail funktioniert und so weiter. Und genau, dann freuen wir uns auf dich. Genau, richtig. Wir analysieren das. Wichtig ist auch zu sagen, wir nehmen natürlich nicht jede Region an. Auch wir müssen sagen, es gibt Flecke in deutschen Ortschaften. Auch da können wir nichts machen, das einfach nicht zu holen. Aber deswegen, trag dich ein, check dein Potenzial und wir sagen dir ganz ehrlich, passt das oder passt das nicht? So ist das. In dem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.